Ja, jetzt haben wir keine Zeit. Jetzt sind wir hier unterwegs und die Woche ging es nicht. Aber wenn er sagen würde, ich möchte unbedingt auf die Mess. Ich habe Zeit, am Umgang natürlich mit auf die Mess. So wie jeder andere Mensch auch. Oder Vater. Klar, ich war früher auf der Mess in Basel, auf der Herbstmess mit meinen Eltern. Das war toll. Mein ganzes Gesicht war in Zuckerwatte. Ich musste hinterher immer die Haare waschen.